Heute eine Praxis mit dem Schwerpunkt Drehungen. Ihr kommt an in der aufrechten Sitzposition im Schneidersitz, im Fersensitz, im Langsitz. Richtet hier die Wirbelsäule noch einmal auf, das Brustbein heben, die Schultern sinken, der Kopf balanciert auf dem ersten Halswirbel und für einen Moment den natürlichen Atem wahrnehmen, wie er einströmt, wie er ausströmt. Mit dem nächsten Ausatmen den Kopf nach rechts drehen, einatmen zur Mitte und aus nach links. Wieder ein zur Mitte und noch einmal zu jeder Seite wiederholen. Den Kopf in der Mitte wieder ankommen lassen und dann beginnt der Oberkörper aus dem Becken heraus zu kreisen. Mit kleinen Kreisen beginnen. Wieder zur Mitte hin etwas kleiner werden und dann die Richtung ändern. Und in der Mitte wieder ankommen. Ein kleiner Ablauf aus dem Sitzen. Mit dem Einatmen die Arme heben, den Rücken strecken und ausatmen in eine Seitbeuge, egal zu welcher Seite. Ein Arm geht nach unten, der andere diagonal über den Kopf. Einatmen zur Mitte und aus. Seitbeuge, andere Seite. Ein, zur Mitte und jetzt eine Drehung. Eine Hand unterer Rücken, zweite Hand diagonale Schulter und das ist dann auch gleich die Drehrichtung. Einatmen, wieder lang werden und aus in die Drehung zur anderen Seite. Ein, wieder nach oben kommen und aus die Arme sinken lassen. Das gleiche mit einer anderen Armvariante. Achtet darauf, dass das für eure Schultern passt. Ansonsten bleibt bei der ersten Variante. Einatmen, die Arme heben, die Hände an die Ellenbogen legen und so ausatmend in die Seitbeuge zu einer Seite. Ein, wieder zur Mitte kommen. Seitbeuge ausatmend, andere Seite. Ein, zur Mitte und aus in die Drehung. Oberkörper ist lang. Ein, wieder zur Mitte und aus. Oberkörper dreht zur anderen Seite. Ein, wieder nach vorne und aus. Die Arme sinken wieder. Es folgt im Sitzen eine ähnliche Bewegung wie im Vierfüßner, die bekannte Übung Kapselkuh. Mit dem Ausatmen den Bauch nach innen nehmen, hinter die Sitzbeinhöcker rollen, den Rücken runden, das Kinn sinkt Richtung Halskohle und im Einatmen sich hier wieder aufrichten. Ausatmen, ausatmen, rund werden. Einatmen, aufrichten. Beim Aufrichten beginnt mit der Wirbelsäule und zuletzt den Kopf wieder mit dem Blick nach vorne ausrichten. Rund werden und wieder aufrichten. Aufgerichtet bleiben. Den Oberkörper ein bisschen nach rechts drehen, dass der Blick so über den rechten Knie weitergeht. Und in dieser gedrehten Position ausatmen, rund werden. Einatmen, den Rücken strecken und über die rechte Schulter schauen. Wieder in der Drehung ausatmen und rund werden. Einatmen, strecken und über die rechte Schulter schauen. Und über die Mitte den Oberkörper nach links drehen, in dieser gedrehten Position bleiben und ausatmen, wieder rund werden. Einatmen, einatmen, strecken und über die linke Schulter schauen. Noch eine kleine Änderung mit dem Ausatmen rund über die Mitte nach rechts drehen. Und hier sich strecken, über rechts runden, über die Mitte nach links, sich links wieder aufrichten, über die linke Schulter schauen. Und so, noch mal zu jeder Seite. In der Mitte wieder ankommen, die Beine ausstrecken. Und die Beine ein bisschen bewegen, nach innen und nach außen holen. Und dann in den Vierfüßlacken. Die Finger sind aktiv, Finger gestreckt und gespreizt. Die Knie unter den Hüften oder so ein bisschen dahinter. Und dann schiebt euch ausatmend mit dem Po zu den Fersen, kommt in den Balasana. Und einatmend in den Vierfüßler und das rechte Bein lang auf dem Boden nach hinten ausstrecken. Die Zehenbein sind aufgestellt und ausatmend den linken Arm heben, in die Senkrechte bringen. Der Blick folgt, wenn das für den Schultern-Nacken-Bereich passt. Und wieder Hand zurück in Balasana. Ausatmen, Po zu den Fersen. Einatmen, einatmen, über den Vierfüßler und das linke Bein lang ausstrecken. Und aus, den rechten Arm heben, hinterher schauen. Ausatmen, Hand wieder zurück. Balasana. Ein in den Vierfüßler und das rechte Bein wieder ausstrecken. Ausstrecken und aus, linke Arm heben. Ein in den Vierfüßler aus, Balasana. Einatmen, das andere Bein lang strecken, aus, in die Drehung bleiben hier für eine Einatmung. Und aus, Balasana. Und im Vierfüßler wieder ankommen. Für die gedrehte Katzenbewegung. Mit dem Einatmen den rechten Arm wieder seitlich heben. Und ausatmen, durchtauchen durch den stützenden Arm. Der Handrücken gleitet auf dem Boden entlang. Richtig durchschieben, bis die Schulter, die Schläfe am Boden aufliegt. Und einatmen, sich hier wieder aufrichten. Den Oberkörper drehen. Ausatmen. Wieder durchschieben. So auf Schulterhöhe geradeaus den Arm wegschieben. Richtig die Schulter am Boden ablegen. Etienne ruhig noch tiefer kommen. Einatmen. Wieder nach oben. Und jetzt geht das mit dem Arm nach schräg hinten. Den Arm nach schräg hinten durchschieben. Einatmen. Sich wieder aufdrehen. Ausatmen. Wieder nach schräg hinten. Den Arm auf dem Handrücken durchschieben. Einatmen. Nach oben kommen. Und dann nach schräg vorne durchschieben. Ausatmen. Durch den stützenden Arm nach schräg vorne. Und wieder aufdrehen. Nach schräg vorne. Und die Hand kommt wieder zurück. In den Vierfüßler. Ausatmen. Po nach hinten. Balasana. Kindesposition. Die Stirn ablegen. Die Unterarme. Die Ellenbogen ablegen. Oder die Arme nach hinten nehmen. Dass die Handgelenke sich ausruhen können. Wenn der Kopf nicht auf den Boden kommt, dann einen Fäusteturm machen, dass der Nacken unterstützt wird. Und in den Vierfüßler kommen für die andere Seite. Den linken Arm mit dem Einatmen nach oben heben. Blick folgt. Und ausatmen. So auf Schulterhöhe. Geradeaus durchtauchen. Mit dem Arm auf dem Handrücken. So dass die Schulter, die Schläfe abgelegt werden kann. Und dann einatmend wieder nach oben hin aufdrehen. Ausatmen. Durchtauchen. Den Handrücken ablegen. Einatmen. Wieder aufrichten. Und dann nach schräg hinten den Arm schieben. An den Knien vorbei. Wieder einatmen. Sich aufdrehen. Und nach schräg hinten. Und noch zweimal den Arm nach schräg vorne durchschieben. Durch den stützenden Arm. Die Hand wieder zurückbringen. Ausatmen. Balasana, wozu den Fersen. Ausatmen. Einen kleinen Moment hier. Nachspüren. Und dann die Arme weit nach vorne schieben. Und in die Bauchlage kommen. Den Kopf, die Arme einmal bequem ablegen. Und die Knie beugen, dass die Unterschenkel in der senkrechten sind. Und ihr pendelt mit den Unterschenkeln ein bisschen nach links und rechts. Beide Beine gleichzeitig. Ganz locker pendeln. Die Beine wieder lang strecken. Die Fußrücken auf dem Boden ablegen. Ein bisschen mehr. Die Fußrücken in den Boden sinken lassen. Gesäßmuskeln aktivieren. Und die Arme so ungefähr auf Schulterhöhe seitlich aufstellen. Mit den Spinnenfingern. Die Arme sind relativ gestreckt. Ein bisschen weich in den Ellenbogengelenken. Noch weiter die Hände seitlich ausbreiten. Und die Finger stehen wie Zeltstangen. Gestreckte Finger. Mit dem Einatmen. Den Oberkörper etwas heben. Der Bauch bleibt auf dem Boden. Das Becken bleibt. Und ausatmen. Den Kopf nach rechts drehen. Und dann das linke Ohr ausatmend auf dem Boden ablegen. Wieder einatmen. Den Oberkörper etwas heben. Den Kopf drehen. Und ausatmend auf dem anderen Ohr ablegen. Wieder einatmend nach oben. Über die Mitte. Den Kopf drehen. Und auf einem Ohr ablegen. Und der Kopf dreht in Verlängerung der Wirbelsäule. Nicht den Kopf verschieben. Und dann wird die Bewegung etwas größer. Mit dem Einatmen den Oberkörper heben. Das Becken bleibt liegen. Unterhalb des Bauchnabels auch der Bauch. Und dann hebt euch etwas mehr nach oben. Dass ihr über eine Schulter schauen könnt. Über die Mitte wieder einatmen. Etwas sinken. Und ausatmend über die andere Schulter schauen. Die Hände, die Finger sind ganz aktiv. Gestreckte Finger. Und in der Mitte wieder ankommen. Den Kopf ablegen. Die Arme entspannt ablegen. Und das Becken ein bisschen schaukeln. Nach links und nach rechts. Dann stellt die Hände neben dem Brustkorb auf. Und kommt über den Vierfüßler. Mit den Beinen zu den Seiten. Und sich neben die Füße setzen. Die Beine ausstrecken. Den linken Fuß aufstellen. Mit beiden Händen das gebeugte Bein greifen. Hier den Rücken noch einmal strecken. Rechte Beine ist gestreckt. Die Zehen herangezogen. Entweder hier bleiben. Oder den linken Fuß über das lange Bein stellen. Der rechte Arm greift das gebeugte linke Bein. Einatmend den linken Arm heben. Und ausatmen. Der Oberkörper dreht. Der linke Arm geht nach hinten. Stellt sich hinter dem Rücken. Dicht am Gesäß, am Boden auf. Und der Oberkörper dreht in Richtung gebeugtes Bein. Einatmend wieder zur Mitte kommen. Den Arm heben. Und aus in die Drehung. Nach links Richtung gebeugtes Bein. Rechte Bein aktiv. Zehen herangezogen. Wieder einatmen. Strecken. Und dann ausatmen. Wieder in die Drehung gehen. Und in dieser Drehung bleiben. Rücken ist gestreckt. Mit jedem Einatmen. Langwachsen über Nacken und Hinterhaupt nach oben. Und der Ausatmen intensiviert die Drehung. Nicht unbedingt hier mit der Hebelwirkung arbeiten. Sondern mit dem Atem. Jeder Einatme verlängert die Wirbelsäule nach oben. Und der Ausatmen intensiviert die Drehung. Der Kopf darf weiter drehen. Muss er aber nicht. Hier geht es um die Drehung in der Brustwirbelsäule. Noch einen Atem zu bleiben. Und mit dem nächsten Einatmen wieder zur Mitte. Den linken Arm noch einmal heben. Und aus. Arm zurück. Linke Bein wieder ausstrecken. Und den rechten Fuß aufstellen. Wieder am gebeugten Bein den Rücken gut ausrichten. Und den Fuß über das lange Bein stellen. Linke Arm geht um das gebeugte Bein. Und den rechten Arm heben. Dabei den Rücken noch einmal lang strecken und aus. Rechte Hand geht nach hinten. Einatmend wieder nach oben kommen. Rücken strecken und aus. Arm nach hinten. Den Schultern loslassen. Einmal nach vorne. Und dann ausatmend in dieser Drehung bleiben. Die hintere rechte Schulter will noch etwas mehr nach hinten. Jeder Einatmen bringt noch mehr Länge in die Wirbelsäule. Und der Ausatmen intensiviert die Drehung. Mit dem nächsten Einatmen den Arm heben. Wieder nach oben kommen. Und aus. Arm zurück. Bein ausstrecken. Die Knie beugen. So dass die Füße mit den Fußsohlen auf dem Boden stehen. Mit dem Einatmen die Arme heben. Den Rücken strecken. Und mit dem gestreckten Rücken ausatmend in eine Vorbeuge. Der Bauch legt sich auf die Oberschenkel. Und dann gibt der obere Rücken nach. Die Hände kommen zum Boden. Der Kopf sinkt. Einatmen. Wieder aufrichten. Und aus. Arme zurück. Die Beine etwas mehr nach vorne schieben. Dass jetzt die Zehen vielleicht in der Luft sind. Fersen aufgestellt. Aber Knie noch stark gebeugt. Knie gebeugt. Einatmen. Die Arme heben. Und wieder mit dem gestreckten Rücken in die Vorbeuge kommen. Den Bauch ablegen. Dann den Oberkörper rund werden lassen. Der Kopf sinkt. Die Arme sinken. Die Zehen sind entspannt. Mit dem Einatmen sich wieder aufrichten. Und ausatmen. Arme zurück. Die Beine strecken. Die Zehen sind entspannt. Ein. Die Arme heben. Und wieder mit dem gestreckten Rücken beginnen. Und dann, wenn es nicht mehr weiter geht, die Hände am Boden ablegen. Den Oberkörper loslassen. Gehen Richtung Halskuhle. Ein, zwei Atemzüge bleiben hier. Und mit dem Einatmen wieder mit Kraft aus dem Rücken aufrichten. Die Arme heben. Und aus. Arme zurück. Jetzt die Beine aktiv strecken. Die Zehen heranziehen. Die Hände falten. Die Zeigefinger sind lang aneinander. Der Bauch geht nach innen. Der Kopf rollt. Kehen Richtung Halskuhle. Gleichzeitig schieben die Hände die Arme nach vorne. Und der Rücken rollt Stück für Stück auf die Matte. Dass die Arme hier ein Gegengewicht für die Rückenbewegung sind. Und so könnt ihr ganz dosiert auf der Matte ankommen. Und liegen bleiben. Auf dem Rücken liegen bleiben. Die Arme entspannt ablegen. Hier nochmal die Beine ein bisschen rollen. Nach innen und nach außen. Wie zu Beginn im Liegen. Fuß, Zehen zueinander und nach außen. Und dann die Beine liegen lassen. Dass die Zehen nach außen zeigen. Die Hände auf den Handrücken ablegen. Handrücken, Arme, nee, auf den Boden, Arme, Enke im Körper. Und hier für einen Moment nachspüren. Den Atem wieder etwas tiefer und kräftiger werden lassen. Die Füße nacheinander am Becken aufstellen. Nacheinander die Beine zum Bauch heranholen. Die Hände auf die Knie legen. Ausatmen mit den Händen die Beine zum Bauch heranziehen. Und mit dem Einatmen die Knie ein bisschen wegschieben. Die Unterschenkel, die Füße bleiben locker. Ausatmen wieder die Beine heranziehen. Einatmen, wegschieben. Kleine Änderung. Ausatmen, die Beine zum Bauch heranziehen. Und einatmen, die Beine in die Senkrechte. Die Arme in T-Position. Auf Schulterhöhe neben dem Körper ablegen. Und ausatmen, die Beine wieder beugen. Die Hände auf die Knie. Den Oberkörper liegen lassen. Etienne rutscht mit dem ganzen Körper weiter nach vorne. Dass der Kopf abgelegt werden kann. Wieder einatmen, nach oben in die Senkrechte. Die Arme auf Schulterhöhe ausbreiten. Gestreckte Beine, geflexte Füße, Zehen heranziehen. Ausatmen, noch einmal anbeugen. Und dann die Füße am Becken aufstellen. Über eine Seite in den Vierfüßlacken. Vierfüßler, wenn es für die Knie möglich ist, in den Fersensitz, ansonsten auch in den Kniestand kommen. Oberkörper ist aufgerichtet, Fersensitz oder Kniestand. Mit dem Einatmen alle in den Kniestand kommen. Die Arme heben. Und hier ausatmend die Seitbeuge. Der ein Arm geht nach unten. Der andere Arm geht hier diagonal über den Kopf. Einatmend wieder nach oben. Und aus. Seitbeuge zur anderen Seite. Ein zur Mitte. Und aus. Die Drehung. Eine Hand unterer Rücken. Zweite Hand diagonal der Schulter. Und die Hand schiebt ein bisschen die Schulter nach hinten. Das ist eure Drehrichtung. Einatmen. Wieder zur Mitte kommen. Aus. Drehung zur anderen Seite. Ein. Nach oben. Und aus. In Balasana. Po geht nach hinten. Stirn zum Boden. Einatmende Vierfüßler. Mit dem Pferdrücken oder Kuhrücken. Und aus. Wieder Balasana. Einatmen. Aufrichten in den Kniestand. Die Arme heben. Und aus. In eure Ausgangsposition. Die Arme sinken. Wieder vielleicht in den Fersensitz, wenn das für die Knie möglich ist. Einatmen. Dann nach oben kommen. Jetzt Ellenbogen greifen oder die erste Variante wiederholen. Ausatmend in die Seitbeuge. Ein zur Mitte. Aus. Andere Seite. Seitbeuge. Ein. Wieder zur Mitte. Rücken ist lang gestreckt. Mit dem langen Rücken ausatmen. In die Drehung zu einer Seite. Ein. Zur Mitte. Aus. Drehung. Andere Seite. Ein. Zur Mitte. Die Arme heben. Und aus. Oberkörper nach vorne. Aus. Balasana. Po geht nach hinten. Einatmen. Vier Füße. Verdrücken. Unteren Rücken sinken lassen. Brustbein und Blick heben. Ausatmen. Balasana. Po geht nach hinten. Einatmen. Dann aufrichten. In den Kniestand. Die Arme heben. Und aus. In eurer Ausgangsposition. Arme zurück. Kniestand. Oder Fersen setzt. Einatmen. Die Arme wieder heben. Und aus. In eurer Variante der Seitbeuge. Entweder mit den Armen hier. Mit den Händen an den Ellenbogen. Oder ein Arm geht nach unten. Einer nach oben. Ein zur Mitte. Aus. In die Drehung zu einer Seite. Ein. Wieder zur Mitte. Drehung zur anderen Seite. Ein. Die Arme nach oben. Und aus. Balasana. Po zu den Fersen. Unterarme Stirn abheben. Einatmen. Vier Füße. Laferdrücken. Hier ausatmen. Der runde Rücken. Bauch zieht nach innen. Kinn Richtung Halskuhle. Der Rücken rundet sich. Einatmen. Langer neutraler Rücken. Die Zehen aufstellen. Aus. Herabschauender Hund. Der Po geht nach oben. Die Handflächen sind aufgelegt. Die Hände sind aktiv. Die Finger gestreckt. Gespreizt. Lasst ein bisschen mehr in den Knien los. Knie etwas beugen. Und versuchen im unteren Rücken ein kleines Hohlkreuz zu machen. Der Kopf ist locker. Das geht am besten, wenn die Knie leicht gebeugt sind. Es geht hier um die Rückenstreckung, nicht um die Beinstreckung. Dann das Gewicht nach vorne verlagern. Innen das Brett kommen. Die Planke. Etienne mit dem Po noch etwas tiefer. Eventuell mit den Händen weiter nach vorne krabbeln. Der Bauch ist aktiv. Der Kopf hängt nicht traurig nach unten, sondern ist etwas angehoben. Das Hinterkopf und das Hinterkopf und Rücken auf einer Linie sind. Mit dem Ausatmen wieder zurück in den herabschauenden Hund. Und den Kopf locker lassen. Die Beine etwas beugen. Den Rücken strecken. Einatmen wieder in das Brett, in die Planke. Und von hier die Beine, das Becken, den Bauch, den Brustkorb. Die Stirn ablegen, in die Bauchlage kommen. Die Hände bleiben neben dem Brustkorb aufgestellt. Einatmen in die Cobra. Das Brustbein heben. Aus der Rückenkraft den Oberkörper etwas aufrichten. Ausatmen. Stirn wieder zum Boden. Noch einmal einatmen in die Cobra. Die Zehen aufstellen. Von hier in den herabschauenden Hund. Die Handflächen am Boden abgelegt. Über den Vierfüßler weiter nach oben herabschauender Hund. Der Po geht nach oben. Dann beugt ihr die Knie etwas mehr. Schaut nach vorne zwischen die Hände. Und die Füße beginnen dann nach vorne zu wandern. In Richtung Hände. Die Knie sind gebeugt. Den Rücken hier noch einmal strecken. Und aus Kraft der Beine mit dem gestreckten Rücken aufrichten. Und in den Stand kommen. Die Arme heben. Und aus. Armen zurück. Einen Moment hier in der Berghaltung ankommen. Aktives Stehen. Beine gestreckt. Weich in den Kniegelenken. Das Becken ist aufgerichtet. Das Brustbein hebt. Die Schultern sind nach unten. Und die Arme sind locker neben dem Körper. Und hier den Atem spüren. Dann kommt in eine Schrittstellung mit dem rechten Fuß nach vorne. Die Schrittstellung ist der Bein länger angepasst. Also je länger die Beine, desto größer der Schritt. Ihr müsst gucken, ob ihr mit den Socken auf der rutschfesten Macke stehen könnt. Und Britta, du könntest deinen Schritt noch etwas größer machen. Das Becken zeigt nach vorne. Die Schultern zeigen nach vorne. Wenn es wackelig ist, stellt ihr den hinteren Fuß ein bisschen weiter nach außen. Beide Beine sind gestreckt. Mit dem Einatmen, das vordere Knie beugen. Die Arme heben. Heldenhaltung. Hintere Ferse schiebt in den Boden. Hinteres Bein ist gestreckt. Hintere Ferse in den Boden. In den Schultern loslassen, auch wenn die Arme lang gestreckt sind. Mit dem nächsten Ausatmen in die Drehung. Die rechte Hand geht auf den unteren Rücken. Die linke Hand von vorne an die rechte Schulter. Hier nochmal einatmen, lang nach oben wachsen und ausatmen in die Drehung nach rechts. Einatmend zur Mitte nach oben kommen und aus die Seite wechseln. Eine Hand unterer Rücken, zweite Hand diagonale Schulter. Achtet auf das vordere Knie, dass das Knie sich nicht mitbewegt. Einatmen. Nach oben kommen, noch einmal in die Drehung zu jeder Seite. Einatmen, das vordere Bein strecken, den Oberkörper zur Mitte, die Arme heben. Beide Beine gestreckt. Und ausatmen mit dem gestreckten Rücken über die Tischposition. Oberkörper ist parallel. Dann die Hände am Bein ablegen und am Bein rutschen die Hände nach unten. Kommen vielleicht zum Boden. Beide Beine gestreckt. Den Kopf sinken lassen. Stirn Richtung Knie. Ein, zwei Atemzüge bleiben hier. Und zum Aufrichten, das vordere rechte Knie ein wenig mehr beugen. Den rechten Fuß in den Boden schieben. Mit dem gestreckten Rücken wieder kraftvoll nach oben kommen. Das Bein strecken wieder und aus. Arme zurück. Einatmen. Die Arme heben, das vordere Knie beugen. Hell in Haltung. Vielleicht die Ellenbuben greifen oder ihr wiederholt die erste Variante. Und ausatmen. Der Oberkörper dreht zu einer Seite, ohne dass das vordere Knie sich mit bewegt. Ein, zur Mitte. Ausdrehung. Andere Seite. Ein, zur Mitte. Noch einmal zu jeder Seite. Mit dem Ausatmen in die Drehung. Einatmen. Wieder zur Mitte. Das vordere Bein aufstrecken. Die Arme nach oben. Entweder über dem vorderen Bein die Hände ausgleichen lassen oder in einer großen Bewegung mit dem gestreckten Rücken weiter in die Vorbeuge. Die Hände links und rechts neben dem Fuß abstellen oder am Bein ablegen. Den Kopf locker lassen. Das vordere Bein ist gestreckt. Der obere Rücken gibt nach. Nicht die Hände baumeln lassen, sondern irgendwo am Boden oder am Bein ablegen. Und der Kopf ist locker. Die Nase geht Richtung Knie. Zum Aufrichten wieder das vordere Knie etwas mehr beugen und mit Kraft aus den Beinen und gestreckten Rücken aufrichten. Und ausatmen. Und ausatmen. Bein strecken. Arme zurück. Füße nebeneinander stellen. Für einen Moment nachspüren. Und mit dem linken Bein nach vorne kommen wir in die Schrittstellung. Wieder die passende Schrittstellung finden. Beide Beine in der Ausgangsposition gestreckt. Becken nach vorne, Schultern nach vorne. Die hintere Ferse bleibt auf dem Boden. Wenn es wackelig ist, ein bisschen breiter stehen. Einatmen. Das vordere Knie beugen. Die Arme heben. Heldenhaltung. Und aus. Eine Hand unterer Rücken. Zweite Hand diagonale Schulter. Die Drehrichtung. Einatmen. Zur Mitte. Ausdrehung zur anderen Seite. Und diese Drehung in jede Richtung noch einmal wiederholen. Einatmen. Oberkörper zur Mitte. Die Arme heben. Das vordere Bein strecken. Entweder am Bein ausgeleiten oder über die Tischposition weiter in die Vorbeutel. Kopf, Schultern, Nacken, Käfer locker lassen. Ein, zwei Atemzüge bleiben hier. Zum Aufrichten. Vielleicht das vordere Knie etwas mehr. Beugen den Fuß in den Boden schieben. Und nach oben kommen. Die Arme heben. Und ausatmen. Vorderes Bein wieder strecken. Arme zurück. Schrittposition. Ausgangstellung. Einatmen. Vorderes Bein. Beugen. Die Arme heben. Eventuell die Ellenbogen greifen. Oder wie eben wiederholen. Und ausatmen. Oberkörper dreht zu einer Seite. Das Knie dreht nicht mit. Bleibt stabil. Ein zur Mitte. Ausdrehung. Zur anderen Seite. Ein zur Mitte. Noch einmal zu jeder Seite in die Drehung gehen. Einatmen. Oberkörper zur Mitte. Die Arme heben. Das vordere Bein wieder strecken. Und ausatmen. In die Vorbeuge über das vordere Bein kommen. Kopf, Schultern, Nacken, Käfer, Gelenke locker lassen. Ganz ankommen hier. Mit dem gestreckten vorderen Bein oder ein bisschen im Knie gebeugt. Wieder aufrichten. Nach oben kommen. Und aus. Arme zurück. Und Füße wieder nebeneinander stellen. Nachspüren. Dann geht es mit einem Ablauf wieder zum Boden. Ihr kommt an das vordere Drittel der Matte. Dass ihr Platz hinter euch habt. Etienne weiter nach vorne. Mit dem Einatmen die Arme heben. Das Brustbein heben. Der Blick geht leicht nach oben. Und ausatmen mit den gebeugten Beinen. Die Hände am Oberschenkel oder am Schienbein ablegen. Vorbeuge, Kopf, Schulter, Nacken locker. Einatmen. Die Hände von vorn gegen die Schienbeine. Die Arme strecken. Den Rücken strecken. Brustbein und Blick heben. Und ausatmen. Etwas tiefer in die Vorbeuge kommen. Dass die Hände an den Boden kommen. Handflächen auflegen. Und dann zwei große Schritte. Rechts nach hinten. Links nach hinten. Innen das Brett in die Planke. Bauch saugt nach innen. Hinterkopf ist etwas angehoben. Fersen nach hinten. Schultern weg von den Ohren. Finger aktiv. Alle Finger gestreckt. Gespreizt. Ausatmen. Herabschauender Hund. Wieder weich in den Knien, dass ihr den Rücken gut strecken könnt. Der Kopf ist locker. Der Bauch will mehr zu den Oberschenkeln. Den nächsten passenden Einatmen in den Vierfüßler. Die Knie zum Boden. Dann schwenken die Beine wieder zur Seite. Ihr kommt zum Sitzen. Dann lauft ihr auf den Sitzbeinen ganz nach vorne. Bis die Füße mit der vorderen Mattenkante abschließen. Die Beine aktiv strecken. Die Zehen heranziehen. Etwas leichter wäre es mit einem aufgestellten Bein. Sich so abzurüllen. Die Beine lang strecken. Wenn es denn möglich ist, die Hände gefaltet. Jetzt einmal anders gefaltet. Alle Finger sind eine Spur anders. Hände nochmal anders falten. Und die Zeigefinger zusammenlegen. Bauch saugt wieder nach innen. Der Rücken rundet sich. Das Kinn Richtung Halskuhle. Gleichzeitig mit dem Rücken Stück für Stück Wirbel für Wirbel abrollen. Und die Arme, die Hände bilden ein Gegenlager. Ziehen nach vorne. Dass ihr in Zeitlupe auf dem Rücken abrollen könnt. Und die Arme entspannt ablegen. Ein kurzes Nachspüren in der Rückenlage. Und die Füße nacheinander am Becken aufstehen. Etwa beckenbreit. Die Arme in T-Position auf Schulterhöhe abgelegt. Die Handrücken liegen auf dem Boden. Die Handflächen schauen nach oben. Und mit dem Ausatmen sinken beide Beine nach rechts. Der Kopf darf nach links rollen oder bleibt in der Mitte liegen. Einatmen hier und mit dem Ausatmen über die Mitte zur anderen Seite. Einatmen in dieser Position und mit dem Ausatmen wieder wechseln. Und das einige Male im eigenen Atemrhythmus. Chattara Parivriti, die Krokodilsdrehung. Und dann lasst ihr die Beine auf dieser Seite, wo sie gerade angekommen sind, liegen. Dreht den Kopf in die Mitte. Und legt eine Hand auf die Stirn. Und die Hand rollt jetzt den Kopf in die eine und in die andere Richtung. Die Beine bleiben liegen. Die Hand rollt den Kopf. Versucht hier im Kopf, im Nackenbereich ganz loszulassen. Und die Hand rollt den Kopf. Und der Kopf lässt sich ganz passiv rollen. Richtig die Handfläche auf der Stirn ablegen. Und dass die Hand den Kopf rollen kann. Dann lasst ihr den Kopf in der Mitte wieder liegen. Breitet den Arm wieder aus. Atmet hier noch einmal ein. Und ausatmen. Die Beine zur anderen Seite bringen. Die Beine bleiben hier liegen. Und jetzt kommt die andere Hand auf die Stirn. Richtig Handfläche auf die Stirn. Und die Hand rollt den Kopf. Das muss keine große Bewegung sein, so dass es leicht geht. Und den Kopf in die Stirn. In der Mitte liegen lassen. Den Arm wieder ablegen. Mit dem nächsten Ausatmen die Knie in die Mitte bringen. Dass die Knie wieder nach oben zur Decke zeigen. Die Füße aufgestellt sind. Und dann bringt die Fußsohlen zusammen. Lasst die Knie nach links und rechts. Das linke Knie nach links. Das rechte Knie nach rechts sinken. Die Fußsohlen sind zusammen. Und dann schiebt ihr die Beine lang nach vorne. Dass sie lang liegen. Bringt die Arme etwas dichter an die Körperseiten. Da einen Moment nachspüren. Nach dem asymmetrischen Üben ein letzter symmetrischer Ausgleich. Ihr stellt die Füße nacheinander wieder am Becken auf. Ruhlt die Beine zum Bauch. Rechte Hand auf rechtes Knie. Linke Hand auf linkes Knie. Appanasana und Schulterbrücke. Mit dem Ausatmen mit den Händen. Die Beine etwas dichter zum Bauch, zum Brustkorb heranziehen. Und einatmen. Die Füße am Becken aufstellen. Die Arme auf Schulterhöhe ausbreiten. Den Po, den Rücken heben. In die Schulterbrücke kommen. Und ausatmen. Den Rücken wieder ablegen. Die Beine zum Bauch heranziehen. Appanasana. Einatmen. Die Schulterbrücke. Füße aufstellen. Arme ablegen. Becken heben. Der Kopf bleibt die ganze Zeit liegen. Die Beine heranziehen. Knie gebeugt zum Bauch. Und ein in die Schulterbrücke. Eine letzte Wiederholung anschließen. Und den Rücken ablegen. Die Fußsohlen wieder aneinander legen. Die Knie zu den Seiten öffnen. Auf den Außenkanten die Beine ausgleiten lassen. Die Beine in eine kleine Grätsche hier bringen. Dass die Füße etwas Abstand haben. In den Beinen, in den Füßen loslassen. Die Arme kommen etwas dichter an die Körperseiten. Aber so, dass noch ein bisschen Platz ist. Dass die Achsen frei sind. Die Hände rollen auf die Hand. Und die Handflächen zeigen nach oben. Für Shavasana nichts mehr machen. Nichts mehr tun. Und so das Üben wirken lassen. Auf Körper, Geist und Seele. Zu Hause gerne einen Moment länger liegen bleiben. Hier einmal was es. Wie ist es? Untertitelung des ZDF, 2020